Okay, also heißt, wenn ich vorher meinetwegen 50.000 Euro an Förderung bekommen habe, bin ich jetzt nur noch bei 35.000? Ja, genau. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst. Herzlich willkommen zur 16. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es hauptsächlich nochmal um den Saatguthandelstag und zwar um die GAP-Glötz-Verordnung und den Landessortenversuch. Alle Infos zu Soja und Leguminosen, worauf man als Landwirt achten muss und worauf man sich einstellen kann. Natürlich bekommt ihr wieder unseren Newsletter auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Französisches Gericht hebt Zulassung für Glyphosatprodukte auf und verstärkt die Debatte vor EU-Neubewertung. Ein französisches Gericht hebt die Zulassung für zwei Glyphosatpflanzenschutzmittel auf. Die Entscheidung wird kurz vor der EU-Neubewertung kontrovers diskutiert. Das Gericht argumentiert, dass die Risikobewertung unzureichend sei und das Vorsorgeprinzip nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Die Umweltorganisation Generation Futur betrachtet die Entscheidung als einen Wendepunkt bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und fordert weitere Rücknahmen von Zulassungen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, wird im Juli ihre Neubewertung für Glyphosat vorlegen, auf deren Grundlage die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten über eine erneute Zulassung entscheiden werden. Die EU-Zulassung für Glyphosat wurde bereits bis Ende 2023 verlängert, da die EFSA mehr Zeit für ihre Neubewertung benötigte. Afrikanische Schweinepest weiter auf dem Vormarsch Weltweit breitet sich die Afrikanische Schweinepest weiter aus. Aktuell ist in Rumänien ein Fall mit 18.000 Schweinen in einem Großbetrieb betroffen. Diese 18.000 Schweine werden gekeult. Auch in Italien, Indonesien und Griechenland werden neue Fälle gemeldet. In Indonesien sind beispielsweise über 35.000 Tiere betroffen. Insgesamt hat es in Europa im Vergleich zum Vorjahr weniger ASP-Fälle gegeben, allerdings geben die Experten noch keine Entwarnung. Öko-Regelungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP haben im ersten Antragsjahr in Deutschland noch nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Der Deutsche Bauernverband, DBV, kritisiert die niedrigen Fördersätze und fordert eine Erhöhung ab 2024. Weniger Betriebe als geplant haben die Öko-Regelungen genutzt, daher könnte es zu Nachzahlungen kommen. Der DBV fordert auch eine Vereinfachung der Regelungen und eine bessere Förderung von Grünlandbetrieben. Die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern hat ebenfalls Änderungen bei den Öko-Regelungen angeregt. Die Verbände fordern, bis Mitte September 2023 Anpassungen am GAP-Strategieplan vorzunehmen. Möglicherweise höhere Prämien für Öko-Regelungen in 2023. Da der Bund für die Förderung und die Prämien der Öko-Regelungen gut eine Milliarde Euro eingeplant hatte und die Bauernverbände mit aktuellen Zahlen davon ausgehen, dass nur rund 700 Millionen Euro abgerufen werden, könnte es sein, dass die Prämien deutlich erhöht werden. Davon geht zumindest der Bauernverband aus. Wie sich das auf die Förderhöhe für 2024 auswirken wird, ist leider auch noch nicht klar. Österreich erreicht neuen Rekord mehr Biodiversitätsflächen für den Naturschutz. Österreich verzeichnet im Jahr 2023 einen neuen Rekord an Biodiversitätsflächen. Insgesamt wurden 210.000 Hektar für den Naturschutz ausgewiesen, ein Plus von 60.000 Hektaren. Das neue österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft, ÖPUL, fordert seit 2023 auch von Biobetrieben 7% ihrer Fläche für die Biodiversität zu nutzen. Dadurch werden bereits etwa 10% der landwirtschaftlich genutzten Flächen biodiversitätsfördernd bewirtschaftet. Freiwillige Maßnahmen im Rahmen des ÖPUL, wie die Reduzierung von Tierzahlen und Düngung oder die Verschiebung von Schnittzeiten, werden von den Landwirten unterstützt. Sie erhalten dafür Entschädigungen von der öffentlichen Hand. Die steigende Anzahl an Biodiversitätsflächen zeigt, dass Anreize effektiver sind als Verbote. Die Landwirtschaft in Österreich engagiert sich aktiv im Naturschutz und wünscht sich mehr Wertschätzung und Unterstützung von Seiten der Bevölkerung, zum Beispiel durch den Kauf regionaler Produkte. Herkunftskennzeichnungen von Lebensmitteln und das AMA-Gütesiegel spielen dabei eine wichtige Rolle. Rekord Sojabohnenernte für 2023 erwartet Einen neuen Rekord bei der weltweiten Sojabohnenernte für 2023-2024 erwartet das amerikanische Landwirtschaftsministerium. Die Experten schätzen, dass erstmals mehr als über 400 Millionen Tonnen eingefahren werden. Das sind mehr als 10% mehr als im letzten Jahr, in dem 370 Millionen Tonnen geerntet wurden. Denn ganz genau gehen die Experten von 411 Millionen Tonnen Soja-Ernte in 2023-2024 aus. Die Experten gehen auch davon aus, dass der Verbrauch um etwa 21 Millionen Tonnen steigen wird. Allerdings bedeutet das, dass wir einen Versorgungsüberschuss weltweit von ungefähr 24 Millionen Tonnen haben werden. Liegen die Kollegen mit der Prognose richtig, wird es bei Soja einen Endbestand von über 122 Millionen Tonnen geben, ebenfalls eine Rekordmenge. Dieser weltweite Überschuss wird wahrscheinlich auch einen Einfluss auf entsprechende Marktpreise haben. EU-Parlament lehnt pflanzenbasierte Milchersatzdrinks im Schulmilchprogramm ab. Das EU-Parlament hat beschlossen, laktosefreie Milch als Alternative im EU-Schulmilchprogramm anzubieten, jedoch keine pflanzenbasierten Milchersatzdrinks. Die Entscheidung zielt darauf ab, natürliche und vielfältige Produkte zu fördern, darunter auch Bioprodukte. Bauernverbände begrüßen die Entscheidung und fordern eine Überarbeitung des Programms bis Ende 2023. Zusätzlich sollen Bildungsmaßnahmen zur Vertiefung des Wissens über die Produktion von Grundnahrungsmitteln im Schulprogramm integriert werden. Getreidepreise fallen weiter, eine Besserung ist nicht in Sicht. Das verlängerte Getreideabkommen der Ukraine mit Russland sowie die von der amerikanischen Landwirtschaftsbehörde USDA progenazizierte Rekordernte für Weizen und Mais drückt weiter auf den Preis bei Getreide. Anfang der Woche sank der Weizenpreis auf 222 Euro. Das ist ein neuer Tiefpunkt seit Sommer 2021. Der Mativ-Maispreis blieb am gestrigen Tag, also am 22.05. auf dem Niveau von 219 Euro. Das ist ebenfalls ein längerfristiges Tief. Mit ein Grund, auch für die Schätzung der Weizen- und Maisernte in Europa der USDA, sind die aktuell guten Niederschläge in nahezu allen Regionen in Europa. Stabilität auf dem Biomilchmarkt. Preise im April größtenteils konstant. Im April sind die Preise für Biomilch nur vereinzelt gesunken. Im Vergleich zu konventioneller Milch blieben die Preise für Biomilch überwiegend konstant. Die Grundpreise bei Biomolkereien bewegen sich zwischen 52 und 51 Cent pro Kilogramm. Die Milchwerke Schwaben führen die Tabelle mit einem Auszahlungspreis von 61 Cent pro Kilogramm an. Die Opeländer Bauernmolkerei reduziert den Preis auf 52 Cent pro Kilo und bildet damit das Schlusslicht. Andere Bioverarbeiter hielten die Auszahlungspreise konstant. So, wir hatten in der letzten Woche schon über den Saatguthandelstag gesprochen. Gerd hat ein bisschen berichtet, was in den Vorträgen an neuen Themen vorgestellt wurde. Insbesondere ging es um den Klimawandel und die Frage, wie muss Züchtung und auch der Ackerbau sich darauf einstellen. Ich wollte mit Gerd heute noch über die weiteren Vorträge sprechen, nämlich einmal über das Thema GAP und Glötz und über das Thema Landessortenversuche und Informationen zu Soja und Liguminosen, worauf Landwirte da achten müssen und worauf sie sich einstellen können. Hallo Gerd. Ja, hallo. So, auf dem Saatguthandelstag wurde eben auch ein bisschen was zu GAP und Glötz berichtet. Magst du einmal ein bisschen was erzählen? Ja, GAP und Glötz sind natürlich ganz komplexe Themen, die man sicherlich jetzt hier im Schnelldurchgang nicht besprechen kann. Und festzuhalten bleibt aber, dass es ein erheblicher Aufwand ist, Früchte auszuwählen, länger vorausplanen muss, welche Fruchtfolge ich auf welchem Feld einsetzen möchte. Und Glötz ist natürlich auch direkt verbunden mit der Agrarförderung. Die ehemaligen Prämien sind ja mehr oder weniger durch die Glötzverordnung abgelöst worden. Im Quintessenz bleibt aber festzuhalten, es wird sogar ein Drittel weniger an Förderung pro Betrieb ausgezahlt werden können. Okay, also heißt, wenn ich vorher meinetwegen 50.000 Euro an Förderung bekommen habe, bin ich jetzt nur noch bei 35.000. Ja, genau. Dabei muss man auch erwähnen, dass die Förderung von Leguminosenanbau länderspezifisch sehr unterschiedlich gefördert werden. In Nordrhein-Westfalen derzeit nur mit 45 Euro, in Bayern bis zu 120 Euro. Und warum in Bayern die Leguminose wertvoller ist als in Nordrhein-Westfalen, ist sicherlich aus landwirtschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Viel diskutiert sind ja auch die Blühstreifen. Gab es da ein bisschen was dazu? Ja, Blühstreifen ist schön und gut, wurden auch im Hinblick auf die Naturgestaltung begrüßt. Allerdings wurde auch sofort in Frage gestellt, was passiert mit den Lebensmitteln, die sonst auf dieser Fläche produziert wurden. Letztendlich ist ein Blühstreifen eine schöne Sache, aber er produziert weder Futter noch Lebensmittel. Dieses wird aber gebraucht. Das heißt, wir werden an anderer Stelle eine Fläche intensivieren und in die landwirtschaftliche Produktion aufnehmen müssen. Also bleibt festzuhalten, es wird auf jeden Fall deutlich komplizierter für die Landwirte. Wir sehen es auch tatsächlich in unserem täglichen Geschäft, dass die Bauern anrufen und sagen, oh, ich habe mich komplett verkalkuliert. Ich brauche jetzt doch hier eine Stadt Mais. Und das ist sicherlich auch noch eine Anpassung, die die Landwirte zusammen mit den Landwirtschaftskammern auch erst nochmal Erfahrungen sammeln müssen. Ja, auf jeden Fall. Es wurde auch durchaus angemerkt, dass die Glötz-Umsetzung einfach zu schwer kommt. Mit ein oder zwei Jahren Vorlauf, mit einer vernünftigen Vorbereitungsphase, die auch ausreichend ist, um Planungssicherheit für die Landwirte zu geben, wäre die Sache wesentlich einfacher umzusetzen gewesen. Vielen Dank dafür. Dann würde ich gerne mit dir nochmal über das Thema Leguminosen und auch Soja sprechen, Landessortenversuche. Grundsätzlich ist es ja so, Leguminosen ist sicherlich auch sehr unterschiedlich in Deutschland eingesetzt. Gerade da, wo viel Stickstoff schon auch über die Gülle ausgebracht wird, wie beispielsweise hier im Münsterland oder auch im Kloppenburger Raum, dann hat man eigentlich schon fast gar keinen Platz in der Fruchtfolge für Leguminosen. Das sieht in anderen Landesteilen sicherlich anders aus. Aber was war denn so, erst mal vom Gruben und dann nachher ins Feine zu gehen? Und das Fazit, was so die Wirtschaftlichkeit von Leguminosen und vielleicht auch speziell nochmal eingehend auf verschiedene Pflanzen, aber auch von Soja angeht? Also Leguminosen muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden in Futterleguminosen und Großkörnigenleguminosen. Futterleguminosen wie Klee und Luzerne werden ihre Bedeutung in der Fütterung sicherlich haben und auch weiter ausbauen. Sind nun mal tief rutschelnde Pflanzen, die eine gewisse Ertratssicherheit auch in Tropenzeiten bringen. Bei den Körnerleguminosen wird sicherlich der Fokus in Zukunft auf die Lebensmittelerzeugung liegen. Da werden sich entsprechende Qualitätskriterien auch entwickeln. Leguminosen, auch die Großkörnigen, sind trockentoleranter wie unsere derzeitigen Getreidearten. Und aufgrund der der Fruchtfolge Wechselzwangs oder wie man es auch immer bezeichnen will, werden Leguminosen sich sicherlich in der Landwirtschaft in Deutschland retablieren. Das sind dann speziell die, worum geht es? Um die Erbse, um die Bohne, um Soja, um Lupine? Sind das die vier oder gibt es noch andere? Ja, das sind schon die vier Wesentlichen. Lupine ist der Absatzmarkt in Deutschland derzeit noch nicht so ausgebaut, dass man flächendeckend sagen kann, ich baue Lupine an und vertraue, wie am Land handelt. Im Fokus steht sicherlich die Erbse, weil sie gute Kleebereidenschaften im Eiweiß hat, eine sehr helle Farbe mit sich bringt, sodass sie auch in der Lebensmittelindustrie, wie auch in der Futterindustrie, verarbeitet werden kann. Die kann auch ohne vorheriges Toasten gegenüber dem Soja zum Beispiel verarbeitet und in der Tierfütterung eingesetzt werden. Sticht in puncto Wirtschaftlichkeit irgendeine Leguminose hervor? Gab es dazu Information? Es gab Vergleichsdarstellungen gegenüber Weizen, aber nicht Leguminosen untereinander. Ich denke, das ist auch sehr einfühlt, betrieblich abzuwägen. Wenn ich eine Futterproduktion für Eiweißträger durchführen möchte, bin ich mit der Ackerbohne gut bedient. Wenn ich eine Lebensmittelproduktion anstrebe, dann bin ich sicherlich mit Erz- oder Sojabohne besser bedient. Da muss man eben einzubetrieblich für sich kalkulieren, was habe ich an Anbaukosten und was habe ich an der Ertragserwartung. Wir sehen ja, dass die Sojabohne auch von der Anbauregion auch immer weiter nach Norden wandert. Die anderen Früchte, Erbse, Bohne, Lupine müssen ja eigentlich deutschlandweit angebaut werden können, richtig? Ja, sie können sicherlich deutschlandweit angebaut werden, wobei die Lupine die Besonderheit hat, dass sie die geringsten Bodenansprüche gestellt. Das heißt, dass die Lupine auch auf schwachen, trockenen Böden, sandigen Böden gut angebaut werden kann, wo andere Leguminose vielleicht schon nicht mehr gut zurechtkommen. Ja, okay. Was macht man eigentlich aus Lupine? Lupine ist von der Verwerbbarkeit sehr, sehr vielseitig, sowohl im Lebensmittelbereich von Kaffee, gluteinfreies Brot oder auch als Tierfutter, Einweisträger im Tierfutter, sehr gut einzusetzen. Okay, vielen lieben Dank. Gab es sonst noch was aus dem Bereich, ich sage mal, Pflanzenbau, Klima, Leguminose, wo du sagst, das hat jetzt dich besonders überrascht auf dem Saatguthandelstag oder das war Gespräch des Tages? Wie sieht es aus mit Verfügbarkeit von Saatguthandelstag? Auch in diesem Jahr gab es irgendwelche Themen, was bei Mais, bei Gras, wo auch immer irgendwie was passiert. Was ist dir hängen geblieben? Also insgesamt ist die Versorgungssicherheit sicherlich gegeben. Wir werden keine größeren Engpässe haben. Allerdings ist durch die Ukraine-Invasion der Russen dem Markt ein bisschen unsicherer geworden, was die Preisstabilität betrifft. Aber im Gräserbereich derzeit deutliche Preissteigerungen zu erwarten, Gräser-Saathut. Im Mai haben wir eine Umverteilung der Produktionsflächen, eine Verlagerung der Produktionsflächen zu erwarten, aber dass eine Versorgungssicherheit gefährdet ist, kann ich derzeit nicht erkennen. Die größere Sorge aller Teilnehmer ist tatsächlich die politische Entwicklung innerhalb der Bundesrepublik und auch auf europäischem Rahmen, da Saatgutvermehrung auch von intensiver Landwirtschaft abhängig ist. Ja. Okay, vielen Dank für deinen Einblick in den Saatguthandelstag 2023. Gerne. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von Holtmann-Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.